Ja, sicherlich war die Termin hier wieder anspruchsvoll. Hatte noch einen wunderschönen Sturz da noch, ein 3-Tage-Vorschluss dazu, der die Sache dann noch abgerundet hat. Aber ich bedenke trotzdem unsere Mannschaft hat damit viel Kappensiegen und Andy Schleck im weißen Trikot. Und ich glaube, wir hatten inzwischen 12-13 Tage im Weltkrieg gekommen mit Schleck und Kanzelara. Liegt das sehr, sehr gut für uns und dass du den Jungs auch ein bisschen mithelfen kannst, ihrer Folge zu erledigen, das ist für mich eine große Motivation jedes Jahr aufs Neue. Und in der neuen Saison auf einem neuen Team? Naja, ich werde noch ein Jahr weiterfahren, genau. Jens tobt! Jens! Jens, kannst du bitte mal nach vorn kommen. Die möchten dich hier bitte noch etwas Foto geben, neben den Blumenmädchen präsentieren. Der 60-Jahr-Frau-Bundes hat es dazu verschoben. D-Eye! Waff, 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 waff! Ich habe jetzt über 180 Kilometer! Hii-oi-oi! Drei, zwei, zwei. Ja, gucken wir mal, was sie los ist. Was ist alles? Wir sind hier auf dem Weg. Nein, wir sind hier auf dem Weg. Komm mal, wir haben hier einen Weg. Hier, wir sind hier auf dem Weg. Hier, wir sind hier auf dem Weg. Hier, wir sind hier auf dem Weg. Oh, 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 oh! Die Durst du gleich mal, Maris? Ja, ja, ja. Die Durst du gleich mal? Ja, ja. Ach, die kommen da weg. Das ist gut, aber hier. ... hier an der Spitze. Es geht um 10 Euro und ein Sandkartoffeln. 10 Euro. Jede ungerahme Zahl gibt es Zuschauerprämien für die Fahrer. Ungerahme Zahl. Zuschauerprämien. ... hier eine Schungsmachkartoffeln mit dem Horizont es geht um 3... ... sie kommt aus, zu erfüllen. Jetzt komm schon ... hier im Treaty. Hier los sind primeira gente. Das ist ein freundlicher Prüfstil in TCC-Polzern.